Alter, Alter, wie scheiße war das denn gezielt hier, bitte? Alter, ich bin total angespannt hier, ne? Obwohl das... Nein, nicht springen! Scheiße! Ja, ist schon klar, hatte ich auch aktiv. Ähm, ja, continue, ist ja nicht so weit, glaube ich, ne? Genau. So, ach du Scheiße, ey, so, heilen, aufsammeln, weitergehen. So, hoffentlich hat die das ein bisschen geärgert. Alter, der hat den Arm verloren. Nicht schlecht. Alter, Pissnilke, ey, kommt der hier um die Ecke gekackt? Scheiß Wichser. Ach du Scheiße, da ist ja noch einer. Ja, das war scheiße, aber egal. Alter, wie schnell hier die Submachine Gun alle war. Das Magazin 50 Schuss, so schnell verbraten. Warum schließen sich die Türen automatisch? Okay. Kurz mal nachladen. So. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Oder was? Alter, wie die nach einem Schuss schon hinüber sind hier. Okay, ich muss mal kurz schnell speichern. Denn ich sehe schon kommen, dass gleich irgendwie wieder so zwei kleine Pissnilken hier kommen, angeschissen kommen. Und mich killen wollen. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Licht an und bam, Tür auf. Okay, kann ich hier durch? Nee, die ist natürlich verschlossen. Dann halt hier. Oh Gott, es geht schon los hier. Verpiss dich. Scheiße, ey. Und ich darf jetzt hier... Ich hab schon... Hat sich die Vase gerade bewegt? Alter, ich bin schon total paranoid hier. Ach, nö. Wartet doch schon wieder hier hinter der Tür irgendwas. Warum schon wieder eine Kirche? Scheiße. Alter. Wieso Brother? Was geht ab? Wen? Was? Oh Gott. Was jetzt? Ach, wieder die Mongos. Ach, Alma hier, oder was? Wow, fuck. Scheiße. Kommt der denn auf einmal hier schon wieder her? Oh. Brüll nicht so laut. Ich hab Angst. Scheiße, ey. Ach, Mann, ey. Geht mir mein Herz hier wieder ab. Ganz ruhig. Verdammte Kacke noch mal. Oh, Intervall 2. Flight. Okay, warum fackelt das jetzt auf einmal? Hab das Allmagen gezündet. Ah, okay. Okay, jetzt scheint wieder hier ein bisschen Action angesagt zu sein. Oh. Der sieht tot aus. Alter. Mh, der liegt schon ein bisschen länger da. Von da komm ich nachher. Wollen wir doch mal rein hier. Flackerndes Licht. Klasse. So. Haben wir volles Leben. Können beide die direkt hier mitnehmen. Es ist mir. Ich kann nicht lunch heute machen. Ach so. Ich dachte gerade. Ach. Ja. Oh, shit. Okay. Oh, verdammt. Ich dachte, das wäre der Kollege von draußen. Boah. Mieser Motherfucker. Komm her. Ja. Alter, dass die Waffe so verreißt, passt mir irgendwie echt gar nicht. Scheiße. Komm her. Alter, das war einfach nur schlecht. Das war einfach nur schlecht. Aber ich hatte keinen Bock, da meine ganze Munition an dem einen zu verballern. Oh Gott. Steht da nicht so blöd rum. Alter, von woher kommen die denn überall? Scheiße, Mann. Da habe ich wieder nicht auf mein Leben geachtet. Ah, verfluchte Kerke. Ja, toll. Super, ey. Ah, schließmal kriegt der Mongo direkt was in die Fresse. Kleiner Fucker. So, zwei Midi-Kids. Ah ja. Oops. Oops. ich dachte da oben war noch einer da ist er so da war doch so ein mongo drin ne alter oder hatte was hatte der denn hier probieren wir mal die ach ja genau das war diese drei schusswaffe nachher nehme ich einfach mal die weil ich es kann da ist noch medikit lassen wir uns natürlich hier nicht entgehen so ja gut so jetzt aber alter das ist mitunter echt dunkel ne war gar nicht drei schuss vollautomatisch sind sie beide tot unten angekommen so da kann ich glaube ich nicht hoch deswegen muss ich da hinten runter okay nein weiter das ist echt beschissen mit t wozu braucht man das okay checkpoints sehr gut ich glaube ich hatte auch gar nicht ups quicksave jetzt gemacht wenn von hier komme ich ja das klingt schon wieder gar nicht geil mir gefällt das geräusch nicht alter schwede habe ich mich erschrocken scheiße meine letzte granate hier naja so viel genauer ist die nun auch nicht ah ok jetzt bin ich hier quasi wieder ok warum auch immer ich kann ruhig Bam Das hat ihn nie rüber Weggepustet Nein, das wollte ich nicht Ich wollte nicht Leckt mich doch Nein Scheiße, gerade jetzt lade ich nach Warum konnte ich denn nicht schießen Eben auf die Alter Schwede Was war das? Ich habe nicht drauf geachtet Egal, raus hier Nichts wie weg hier Jawohl, Reflexboost Oh super Mal wieder hier ein dunkler Gang Was ganz Neues Scheiße, ey Alter, meine Hände sind total nass Und kalt Oh Gott, das wäre ne Pissnake So So Alter Da reicht ja schon die kleinste Bewegung gerade aus Ja, erstmal ne Mine hinden Nicht schlecht Habe ich damit doch ein zu Matsch verarbeitet Alter, ich hab kaum noch Muni So, tschüss Kollege Alter, ich kann gerade nicht sehen Ob da Von wo aus? Ach, da oben Alter, den hab ich aber Nicht schlecht Ach